Kitchen Impossible, die neue Staffel. Kochen am Limit. Bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Ich fühl mich der Aufgabe grad nicht gewachsen. Der Freundschaft. Du Backpfeifengesicht. Des guten Geschmacks. Und weit darüber hinaus. Ich bin ein Bauwerk für die Ewigkeit. Ich bin von großen Meistern geschaffen worden, um den Menschen Freude zu machen. Und ich werde nicht einstürzen. Oh, Alter. Kitchen Impossible, die neue Staffel. Sonntag, 20.15 Uhr bei Vox.